Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords und let's kiss the opening! In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass die Maisfelder verbrannt sind. Was? Oh, ein Bauplan für einen Saphir-O-Ring. Mit einem Saphir und einem Rubin. Das ist aber schön, alles was hier drin ist. Geil um Attico würde der gewiefte Franzose jetzt sagen. Da liegt noch eine kaputte Spinne, die haben wir auch schon über die Order gebracht. Und zurück zu den Feldern. Denn dort sitzen ein paar Bauern, denen geht es bestimmt gar nicht so gut. Und einfach mal gucken, was die jetzt zu sagen haben hier. Da sind bestimmt die Feuervögel dran schuld. Aber schauen wir mal. Das sind Eingeborene. Und das ist eine Ratte. Bambu-Julu-Bukubu. Versteh ich nicht. Wer? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Also ich speichere mal ganz kurz und probiere da mal einen Taschendiebstahl aus. Nice. Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist. Ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben, in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Du bist ein bisschen schlecht gelaunt, habe ich das Gefühl. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage hundertmal lieber. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine. Und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Gold richtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Ich bin noch nicht gut genug. Schade eigentlich. Was hält dich hier noch auf der Carigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Na ja. Als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Brauchst du Hilfe? Aber rat mir ein an den Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Na ja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekreilt. Dein Vogel war ein Mensch. Ein Mensch? Junge, bist du betrunken? Nein, ich rede von Magie. Ich will von diesem Hokuspokus nichts wissen. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder... ...und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehm dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Ähm, war nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Ich habe deinen Goldbeutel gefunden. Was? Und ich dachte, ich sehe das Ding nie wieder. Hoffentlich musste dieser Vogel dafür ordentlich federn lassen. Naja, mehr oder weniger. Hehehe, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe ihn zurück. Und meine Belohnung? Ja, hast sie dir verdient. Dankeschön. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Joa, gucken wir nochmal, was er hat. Ein edler Dreispitz. Mhm. Das hat genauso wie das, was wir gerade haben. Ist aber jetzt echt nichts dabei, was uns jetzt gerade irgendwie großartig helfen würde. Nichts, was uns jetzt Offiziersdegen eventuell 20 bis 40. Ja, definitiv. Das sollten wir mal in Erwägung ziehen, das mitzunehmen. Das machen wir auch, glaube ich, gerade mal für 300. Und dann gucken wir mal, was wir verdicken können, damit wir den Verlust wieder reinkriegen. Dicke, ob. Nehmen wir mal das Fechtschwert. Schwerter, habe ich die Fähigkeit überhaupt schon? Sollte ich mal ganz kurz eben gucken, bevor ich das Ding verkaufe. Richterhand der Offiziersdegen. Scheinbar kann ich das. Sehr schön. Die Flinte wollen wir nicht. Was kannst du mir verkaufen? Also verkaufen wir das Ding jetzt. Das macht ja deutlich mehr Schaden als vorher. Ausrüstung. Fechtschwert kann weg. Die Flinte kann auch weg. So. Magie behalten wir wie immer. Benutzbares behalten wir auch. Plunder können wir uns mal kurz einmal durchgucken. Der Goldteller kann natürlich weg. Die Knochen behalten wir mal einfach. Da kann man bestimmt irgendwelche tollen Sachen rausbasteln. Das Schattenzepter. Die ist zu schwer für mich. Aber man kann sie verkaufen für 200 Gold. Das ist auch was Schönes. Schaufel können wir eine verticken. und natürlich wie immer den Krug, die Gabel und die Goldpfanne zum Gold waschen. Ja natürlich. Den Handspiegel können wir auch verticken. Den normalen haben wir glaube ich auch. So. Handel akzeptieren. Und in dem Gelände. Weiter geht's im Text. Was liegt denn hier rum? Eine Bank. Ein Bett. Das sehe ich selber. Oder hätte ich auch selber gesehen. So. Mal kurz auf die Karte gucken. Ob wir denn hin können. Wir können da lang oder da lang. Aber wir haben gerade noch gar keine Quiz dazu. Deswegen gucken wir doch erstmal ins Lockbuch rein. Ja, ich kann da jetzt aber nicht weitermachen. Weil... Ich weiß auch eigentlich schon, dass der schuld daran ist. Was haben wir denn noch hier? Rodrigues möchte fliehen. Braucht dafür noch zur Verfügung. Schauen wir mal zum Haus. Das kann man dann... Ich soll das ihm besorgen. Alles klar, Herr Kommissar. Dann machen wir das nochmal eben. Diebstahl wird hier groß geschrieben. Das haben wir gelernt. Das finden wir gut. Das finden wir toll. Mal gucken, was das dann im Haus des Kommandanten noch so zu besprechen gibt. Das ein oder andere wird da bestimmt bei rumkommen. Aber wie gesagt, erstmal gucken. Mann, wird der am Schwitzen ist hier von der ganzen Rennerei. So, wie sie speicherte. Der Knochen dieses Fingers gehörte dem berüchtigsten Dieb aller Zeiten. Keine Tasche und kein Schloss waren vor ihm sicher. Bis er bei einem seiner Raubzüge auf frischer Tat im Hause der Kapitäne auf Antigua ertackt wurde. Fliehen konnte er trotzdem, auch wenn er im Kampf seinen Finger verlor. So, so. So, so. Der Fingerknochen. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Das ist schön, dann machen Sie dieses bitte. Ich sehe mich hier auch gerade nur ein bisschen um. Die können wir nicht knacken. Die können wir auch nicht knacken. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also mach dich nützlich. Ich mache mich immer nützlich. Ich speichere jetzt gerade mal eben. Eventuell können wir das ja mitnehmen. Aber ich glaube, der wird uns jetzt verhauen. Ich speichere lieber nochmal komplett. Spiel schon speichern. Und wo ist er? Da ist er. Speichern. Überschreiben. Und natürlich noch einmal auf F5. Und dann nehmen wir das mal. Ich habe gar nichts gemacht. Zeig, was du kannst. Mach schon. Ich hau die jetzt kaputt, weißt du das? Nö, so und rechts und geradeaus. Schau mal. Los, worauf wartest du? Zeig, was du kannst. Das geschieht dir recht. Verdammte Axt. Wahrscheinlich mag der uns jetzt nicht mehr so gerne. Ich wiederhole mich nicht gerne. Bitte geh. Sonst gibt es noch Ärger. Ja. Geh bitte. So, wir laden dann jetzt gerade mal. Und zwar laden wir einfach den Schnellspeicherstand. War ja jetzt nur ein Versuch. Hätte ja sein können, dass das Ding halt zum Mitnehmen gedacht ist. Weiß man ja nicht. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Hm, ja. Mehr oder weniger halt. So, dann suchen wir uns jetzt nochmal ganz kurz eben hier oben das Bett auf. Und dann schleifen wir uns gleich mal kurz rein. Wir wollen ja Quest für Quest abarbeiten. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Wenn nicht, musst du, genau du mir gerade mal kurz die Kommentare reinschreiben, was denn daran nicht passt. Hm, da war das Bett. Schlafen bis zu Mitternachtsslafen. Dankeschön, jetzt ist es schön dunkel gewesen hier. Jetzt können wir gleich hier schön rein krauzen. Wo ist denn krauzen überhaupt? Das ist Sprinten. Wenn wir jetzt vorerst mal gucken, wo wir denn überhaupt krautschen. Was habe ich denn gar nicht benutzt? Tastenbelegung. Schleichen. Steuerung links. Nee. Irgendwie nicht. Oder ich hab's noch nicht gelernt. Das kann auch sein. Ich kann's ja nochmal alternativ... Nein, ich glaube, ich hab's einfach noch nicht gelernt. Vielleicht können wir uns ja irgendwie trotzdem langsam hier durchbewegen. Ohne dass hier irgendeiner was davon mitkriegt. Ist da wer? Nein, nein, hier ist keiner. Und ich bewege mich jetzt auch ganz schnell einfach wieder nach draußen, bevor irgendeiner merkt, dass hier was weggekommen ist. Boah, das sieht ein bisschen schlaftrunken aus, der Typ. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal nach draußen wieder schlafen bis zum nächsten Morgen, weil ich hab keine Lust, so lange zu warten, bis es wieder hell wird. Und ich glaube, wenn es dann wieder hell wird, dann ist es auch schon wieder so weit, dass wir sagen können, bis zum nächsten Mal. Was machst denn du da für ein Quatsch eigentlich? Du sollst in den Turm reingehen und pennen gehen. Du sollst knacken, du Spacken! Und zwar bitte ohne böse Träume. Sehr schön, ohne böse Träume, wie mir das gefällt. So, dann gehen wir zurück und machen nochmal ganz kurz eine Aufgabe zur Ende, geben wir diese Dinge ab, die er haben wollte und dann, ja, wo ist denn der Onkel eigentlich? War doch irgendeiner von denen, oder? Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Ich glaube, du warst das. Was kann ich von dir lernen? Gucken wir mal, was wir lernen können. Was möchtest du wissen? Puh. Kugelsicher und plus 10. Okay. Das interessiert mich tatsächlich. Zeige mir, wie ich Schnaps brennen kann. Abgemacht. Jo. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke Mann. Keine Ursache. Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so, wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Super, wofür habe ich das Zeug jetzt besorgt? Na egal. Wie ich schon sagte, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Lasst mir einen Kommentar da. Was soll als nächstes kommen, passieren. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Also morgen. Und in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.